Moin Moin in St. Peter-Ording! Moin Moin, ihr Lieben! Wir sind wieder für euch auf dem Weg nach St. Peter-Ording, aber mit einer kleinen Zwischenstation heute hier in Garding bei Euronics Hoffmann. Und warum wir hier eine Zwischenstation gemacht haben, das erfahrt ihr gleich. Moin Moin, Herr Hoffmann! Danke, dass wir heute kommen durften zu Ihnen, zu Euronics Hoffmann in der... Süderstraße in Garding. Genau, auf dem Weg nach St. Peter-Ording in Garding hier ist mir auch plötzlich eingefallen, dass ich mein Ladekabel fürs Handy vergessen habe. Das ist natürlich etwas ganz Dramatisches, da werden wir alle nervös, wenn wir nicht mehr mobil erreichbar sind. Aber Sie sind ja hier der Retter in der Not. Die Uhrzeit war knapp, ich wusste nicht mehr, ob ich in St. Peter-Ording jetzt noch zu dieser Zeit so etwas bekomme. Deswegen haben wir schnell angehalten und wir sind glücklich, denn wie ich sehe, bekommen wir hier was alles bei Ihnen, für jedes Handy. Sie bekommen bei uns Ladekabel für alle gängigen Handytypen, Apple, iPhone, Huawei etc. Oder auch Speicherkarten für Fotoapparate oder auch Akkus für Fotoapparate, falls das mal defekt sein sollte im Urlaub besonders ärgerlich. Ja, bieten wir alles an. Wir sind am Wasser hier, ganz oft ist es bestimmt noch mal, dass ein Handy ins Wasser fällt. Was ist Ihr Rat dafür, was kann ich tun, damit ich es noch retten kann? Ja, Handy unbedingt sofort ausschalten, abtrocknen und schnellstmöglich herkommen, damit wir versuchen können, das Ganze noch zu retten. Schnellstmöglich herkommen ist toll, Sie machen nämlich schon morgens um 8 Uhr hier auf. Genau. Haben dann eine kurze Mittagszeit und sind dann wieder bis 18 Uhr, ab 14 Uhr wieder hier vor Ort. Genau, samstags bis 12 Uhr. Samstags bis 12 Uhr, also auch am Wochenende hier erreichbar. Ja, wir bedanken uns, dass wir hier alles bekommen haben, dass Sie mir schnell helfen konnten. Ja, wenn Euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder abonniert mich gleich. Schaut auch gerne mal auf meine Webseite, wat-will-mann-mehr.de. Ja, und wie gesagt, Herr Hoffmann und ich, wir freuen uns dann auf alle, die hier gerne an die Nordsee kommen.